Ist mir doch egal Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warum musst du in meine Begrüßung rein Komm, verpiss dich einfach, komm Kein Bock auf dich Wieso sind wir überhaupt hier? Sag mal Hast du eigentlich das Texture Pack drin? Nein, hab ich immer noch nicht Soll ich mal was zeigen, meinen Zuschauern? Was ist tolles? Da Da Ich hab dich eingeladen Da Abend Im überblühendem Land Tag Schade Ja, wir spielen heute das Pumpkin Revenge Ich hab mal wieder keine Ahnung Kein Licht an, dass es ein wenig gruseliger aussieht Aber Pumpkin Revenge, das spielen wir jetzt jedes Jahr Weißt du, du siehst auch mit Licht gruselig aus Ich weiß, aber jetzt seh ich noch gruseliger aus Nee, man sieht dich ja zum Glück nicht mehr Pumpkin Revenge ist glaube ich so ein Spiel, das spielen wir jedes Jahr Und jedes Jahr ist es gleich Find die Fotze? Bin ich Find die Fotze? Robin? Ja Nee, ich hab glaub immer Find die Fotze genommen Ich nehm jetzt Thor Ich nehm Find die Fotze So heißt dann auch die Folge Danke sehr dafür Ja Ja, ähm Ich hab Legend says that many years ago A group of heroes defeated the Pumpkin King Since then the world has known peace Pumpkin King Schön Du darfst weiterlesen My family has guarded this Pump for generations All I know is we must not let it fall Hat da so ein Node 7 reingeworfen Ja So, ich muss mal gucken Ähm, was macht das? Wave 1 Aha Aha Oh, das war dieser komische Hammer Das ist dieses Ding Und da hab ich so Icy Sword Oha, man hat hier ein Schild in dieser Version Ah nein, es ist lag bei mir Sag nix Du hast ein Schild, ich spür ne 1,8 Kann ich das Schild hier auch wegtun? Das kackt mich grad an Naja Naja, egal Achso, das ist ein Typ mit einem Skelettskin gewesen Nee, ist es nicht Ich hab grad einen Typ angegriffen Skelettenarscher Sack 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 Oh, da kommt wieder voll das Halloween-Film raus Ich hab keine Donald Trump Maske Weißt du, wie mich das aufregt? Oh, Alter, das wär noch witzig gewesen Hätte ich die heute in diesem Video angezogen Dann wär ich der King gewesen Der Pumpkin King Nein, du wärst Wärst ein Feminist gewesen Let me just say I respect all females All females But I'm next They come to your E-Mails Oder oder Wir reden gerade über Epic Wreck Battle of History Let me just say I respect all females Müssen wir üben, dann machen wir das nach But I'm next Come to your E-Mails Was? Also die eine Stelle fand ich auch geil war Ähm Warte, was hat er da gesagt? Der Mutter auf Isis Oh lol, ich bin tot Ja Who wanna vote for the mother of Isis? What? Ich bin jetzt schon tot Ähm Ich hab kein Essen mehr Ich bin grad so brain-off Was kann denn Finn die Fatze? Ja, die kann schlagen Flaming eggs Isis 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 Sword Ah Bisschen anstrengen Ne? Und zwar Oh That might not be exactly true But I don't do politeness Wee 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 And lyrics I got them Die Dance-Moves sind halt auch genial Hm How do I say this? You're racist It might not be exactly How do I say this? You too Wenn es nicht bei mir so längen würde Da sind überall Skeleton-Arish Skeleton-Arish, Arish, Arish Ich sterbe Ich häng hier fest Wuh! Wuh! Ich nicht Ja, dann gucken wir doch mal bei einem Sack-Sack-Mini-Er vorbei Sack-Sack-Sack-Sack Sack-Sack-Sack Mh-Mh Easy Uh, schön weggekickt Uh Herr Westenwurst Oh Shit Da haben sie einen Pfeil abbekommen Und haben nun wenig Leben wahrscheinlich Oh, jetzt bin ich in dir drin Geil, Alter Das ist die übelst krasse Kamera-Frat gerade Frat Vor allem weil man halt nichts Man hört halt nichts Ja Willst du mal jeden Ton nachmachen, bitte? Das will das Witzig sein Ganz grüß Das ist glaub'n bisschen versetzt Gerade bei mir weil's übel rumspastet Ich kann nicht mehr sprinten Dann muss ich hier was schlagen Und dann kann ich immer noch nicht sprinten Wenn das so in real life funktionieren würde Wer möchte mit meiner Weiße Das könnte nicht genau so sein, aber ich mache nicht blind Ich sterbe in der Garde, das ist doch eigentlich der Scheiß Das ist doch eigentlich der Scheiß Nö Ach schön Let me just say I respect all females Ich hör' die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche LOL, Alter wie viel Ich hab' die Fresse bekommen hab' grad Wie du auf die Fresse bekommen hast Bei mir spawnt grad ja nis Da hinten sind Zombies Das ist vielleicht vielleicht nicht auf diese Seite gehen Trickert dich wieder diga Klatsch klatsch für Zongy Klatsch klatsch für Zongy Klatsch klatsch für Keto Storm Wir können das auch anders machen Diesen Lied werdet ihr noch mal im Dezember hören Während das Dich für Säure zu Ende geht Kollagen Liris ja gar nicht. Oh lol. Oh lol. Man kann ja Links-Klick machen mit dem Bogen. Oh lol. Oh lol. Ich bin mir auch gerade aufgefallen, in dem Moment, wo du es gesagt hast. Oh lol. Oh lol. Motherfucker. Ich glaube, das ist hier ein bisschen heftiger geworden, die Zombies, weil wir jetzt ja so ein heftiges, hässliches Schild haben und so. Ich habe kein Schild. Doch. Ich bin 1,8. Hä, als ob das geht. Ja. Der Max hat die Kack 1,10 runtergeladen. Was ein Scheiß. Und ich könnte darauf wetten, dass meine Aufnahme jetzt wieder abkackt, weil das bei der 1,10 immer so war. Also, let me just say, may I hate all Minecraft. Aha. Liris, I got him. Alter, diese. Alter, diese. Spinne. Wird gerade gefistet. Uh, das ist auch eine Spinne, die ich nur rüberkomme. Alter. Let me just say, I respect all females. Oh man, Zombie oder so, die Spinnen sind so scheiße. Aber hallo. I gonna run these streets like I run my Casinos. More police. Und der Rest ist nicht mehr Leuchtteln gestorben. Nice. Luxe Arganem. Uh, 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 uh. Killed by Creeper. Wave, Freddy, ich guck mal bei dir rein. Aber wir haben jetzt schon sehr lange überlebt, muss ich sagen. Ich habe vorhin vier Waves überlebt. Oh nein, nicht schon wieder so eine Spinne, Alter. Ja, schlag ihn. Hinter dir ist ein Pumpkin. Schlag den auch noch. Pumpkin? Oh nein, jetzt kommen da Giants. Ja, die kannst du fisten. Kannst du fisten. But I don't do polightness. Ja, genau. Motherfucker. Oh nein. Oh nein. Oh nein. LOL. Okay, dann halt nicht. Ja, gut. Diese Folge war scheiße. Wir machen noch eine Runde. Okay. Look at my horse. Der am Many Streets. Eigentlich wollte ich ja den Tor nehmen, aber jetzt bin ich halt doch der andere. Der andere. Scheiße gelaufen. Aber so ist es wohl. BAM! Das hat nicht funktioniert. Das war in die Fresse. Das war in die Fresse. BAM! 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 Moment, be high with me. I respect all females. Lass mal gleich auf den anderen Server gehen und noch irgendeinen anderen Holiday Modus, genau. Halloween Modus spielen. I respect all females. Du bist gekillt worden von einem Leaping Spider. Ich hab gerade kein Internet, was so eine Sch***. Willkommen, Pisans, zu dem Ende deines Lebens. Es ist Zeit, um Pumpkin Faction zu spielen. Bist du bereit? LOL. Stand das bei dir da gerade? Well, no, it doesn't. Railgun to shoot! Radclick on your D&D. Ja, ist mein Railgun. Bam! Bam! Hä? Bam! Ah! Was muss ich hier machen? Shit. Was muss ich hier tun? Ich glaub, du musst andere Leute infekten. Bam! Oh, respawning in 1. You are now a Pumpkin. Ist ja total der Scheiße hier. Alter, der... I respect all females. All females. I respect all of your emails. Wie kackig, wer ist das bitte? De, 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 de... Was bist denn du gerade? You died! Na toll! Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Du musst die, die Gegner infekten. Alter, bevor die dich killen. Wie infekte ich die? Du musst das explodieren lassen, ne? Hey! Hey! Jetzt weiß ich, warum das so abnormal schwer ist. Weil ich hab's immer falsch gemacht. Ist halt heiß. Ja, ich sag, jetzt sind nur die coolen Pros drauf. Genau! Sie wartet so... Na, was macht der da hinten? Und dann so, boom! Und dann, dann, dann... Alter, ich hab noch keinen einzigen... Ich weiß, glaub, wie du's machen musst. Du musst einfach nur... Du musst einfach nur... Du musst einfach nur die ganze Zeit dich explodieren lassen. Und dann den Leuten einfach rennen. Einfach wohin rennen. Und hoffen, dass du dann jemanden triffst. Als ob die mit einem... Hab ich einen? Haben wir gewonnen? Ich hab, glaub, einen gekriegt. Ich hab auch schon einen bekommen, mal... Oder ich hab, mehrere bekommen, mal... Ich hab keine Ahnung. Ja, ne, neben mir hat den einer bekommen. Egal, das Video geht schon viel zu lange. Ja, und das ist viel zu schwer. Und wir haben keine Ahnung davon. Und viel zu scheiße. Und ich drücke jetzt Diskonnect. Tschüss. Tschüss.